Der ViewMedic Clinio All-in-One Computer, der RheinMedical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein lüfterloses Display mit integriertem Computer, der den medizinischen Standards entspricht. Dabei handelt es sich um Panel-PC in verschiedenen Größen mit Intel Core i-Technologie der zweiten Generation für den Einsatz in Bereichen wie zum Beispiel Intensivstationen, Aufwachräumen oder auch auf Visite wagen. Mit hoher Zukunftssicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung ist der Clinio ideal für Anwendungen wie RIS, KISS, PDMS, PAX und Dokumentationsarbeitsplätze geeignet. Zusätzliche Bedienerfreundlichkeit zeigt sich in Ihrer täglichen Arbeit durch die optionale Touch-Funktion mit Projective Capacitive Touch-Technologie. Anwendungen können somit auch per Touch bedient werden. Das Display gewährleistet ein brillantes und scharfes Bild, egal aus welchen Winkeln Sie Einsicht auf den Monitor nehmen. Der geräuschlose Betrieb unterstützt den Komfort am Arbeitsplatz zusätzlich. Der Schutz und die Entspiegelung des Displays sind durch eine frontseitig flächenbündig eingefasste Schutzglasscheibe gewährleistet. Diese erleichtert weiter die Desinfektion des Gerätes und bietet gemeinsam mit dem nahezu komplett geschlossenen Gehäuse die notwendige Hygiene. Dieser Panel-PC ist durch die Verwendung von robusten und lange verfügbaren Industriekomponenten auf einen 24 Stunden Langzeiteinsatz ausgelegt. In Verbindung mit der Intel-Mobil-Technologie ist dieser zusätzlich besonders stromsparend. Technisch interessant. Neben der Adaptierung an alle gängigen Halterungen und Ampelsysteme ist der Anschluss eines zweiten Monitors über einen HDMI-Ausgang sowie einen VGA-Ausgang problemlos möglich. Auf einem zweiten Display lässt sich die Anzeige des Clinio somit erweitern oder bis zu einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln simultan darstellen. Ergänzend sind beispielsweise galvanisch getrennte Schnittstellen verfügbar. Entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen können Sie nun die für Sie passende Größe und Leistungsklasse wählen. Rhein Medical – We make your e-health come alive.